Heute früh hat sich ein gewaltiger Erdrutsch ereignet. Das ist doch der Ort, an dem wir uns kennengelernt haben. Es ist eine Frechheit, unseren Ort so zuzurichten. Den Schuldigen werde ich zeigen. Ich werde ihn durch Gehenna und Jahannam schleifen. Aber wer zum Geier wäre denn zu so etwas fähig? Das war ich. Ilulu, mach dich bereit, denn du und ich sind Feinde! Ich kann es nicht akzeptieren, dass Menschen und Drachen koexistieren. Unsere Spezies können sich unmöglich vertragen. Das habe ich schon einmal gehört. Sollte sie nicht irgendwann ihre Hörner und ihren Schwanz verschwinden lassen? Ihre Brüste könnte sie auch mal auf eine alltagstaugliche Größe reduzieren. Ihre Hörner und den Schwanz könnte sie verschwinden lassen, wenn sie möchte. Was? Und warum alles außer ihre Brüste? Mir reichen schon 5% davon. Du kannst mit den Dingern sogar greifen. Da sind so winzige Händchen dran. Ist ja eklig. Véσα گin Das war der Übermittlage. Danke denke. Dag Jakob. Das war der Çač. Das war derberriesgel스러운 things. Dän��. Das war der erste Mal. Das war derinander.